Dieses architektonische Highlight hier in Wegberg-Beek steht ab sofort zum Verkauf. Auf über 1300 Quadratmeter haben wir tatsächlich drei Terrassen. Sie können also entscheiden, ob Sie Frühstücken, Mittagessen und Abendessen in der Sonne verbringen möchten. Und wenn Sie wollen, können Sie abends dann direkt in den Pool springen. Auf fast 200 Quadratmetern umfasst dieses Haus einen schönen, großen, hellen Essbereich, einen Extra-Bereich, wo Sie sich abends um den Kamin setzen können. Ein großes, offenes Wohnzimmer nach oben hin mit einer schönen Galerie. Und wenn Sie sich genauso verliebt haben in dieses Haus wie wir, dann freuen wir uns auf Ihre Reaktion nach dem 360-Grad-Rundgang. Den Link finden Sie wie immer in der Beschreibung und natürlich zeigen wir Ihnen die Immobilie auch live.